herzlich willkommen zu diesem neuen video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone und heute geht es um fluchtlinien und fluchtpunkte und ich zeige das mit der app camera mx für android die inhalte die ich dir aber hier zeige nämlich mit fluchtlinien fluchtpunkten heute geht es darum das kannst du natürlich auch mit anderen kamera apps verwenden aber wenn du natürlich etwas mehr über die kamera mx wissen möchte ist dann findest du das in meinen grundlagen einsteiger video wo ich wirklich schritt für schritt zeige wie man mit camera mx umgeht und das titel ist ja da wieder einfacher mit der app camera mx tolle smartphone fotos macht das würde ich dir jetzt hier empfehlen ich habe auf der rechten seite schon ein foto mit seinem fluchtpunkt es geht also darum dass ich ein fluchtpunkt habe wo meine wo ich meinen blick meine perspektive dorthin dann auch ausrichte und das ist einfach aus dem mittler möglichkeit um spannendere und bessere fotos zu erzeugen ich habe hier wiederum zur bilder hineingegeben und das sieht man schon dass ich hier oben mehrere dinge miteinander verbinde davon habe ich so ein arzt der herein reicht und da verwende ich so das ziel mittel vordergrund macht bild gesund das heißt wenn ich da im vordergrund etwas hineingeben ist das bild auch schon spannend ich kann ein bisschen damit spielen wo ich den vordergrund scharf machen und den hintergrund unscharf wie im oberen bereich zum beispiel dann ist der fluchtpunkt hinten also dieser weg ist diese fluchtlinie wenn man weg zum beispiel fotografiert dann wandelt praktisch mein blick automatisch folgt dann praktisch einer bestimmten richtung hin zum fluchtpunkt und herunten habe ich wieder einen anderen bereich da muss man also nicht immer weg kam habe ich ein feld rand eines feldes mir genommen und der fluchtpunkt wäre dann hier der baum dort hinten und so kann man dann eben dann den blickwinkel also die art oder die richtung in der ich jemanden dann in mein foto hinein schauen möchte kann man das dann ein bisschen dann auch dementsprechend dann beeinflussen den vordergrund scharf stellen oder überbereiche im foto scharf stellen kann man indem man dann bestimmte stelle des bildes drückt auf dem display das geht auch bei jeder kamera app das heißt im vordergrund im oberen bild habe ich hier dann mir wichtig das fotografiert habe den astern angetippt gewissermaßen hat meine kamera automatisch mit dem sogenannten manuellen fokus zum vorne scharf gestellt und der hintergrund wurde dann dementsprechend dann unscharf ja also versuchen wir selber mit fluchtpunkt und fluchtperspektive zu arbeiten das bringt mich schon zum letzten punkt wie immer in meinen videos zu smartphone fotografie probiere mal selber etwas aus entscheide ich wieder welches bildformat verwendet 11 16 zu 9 4 23 du weißt dann noch aus dem vorgehenden videos 16 zu 9 bietet sich zum beispiel beim querformat an 4 zu 3 hochformat je nachdem wie du da jetzt die motive sucht in jedem fall geht es jetzt hier darum dass du da eine linie dir findest ob das jetzt im weg ein bach ist eine straße was auch immer wurde die dann verwenden kannst bei deinem foto als fluchtlinie und suchte dort auch natürlich dann auch ein fluchtpunkt wo und überlege ein bisschen was du scharf stellst ob du auch vordergrund macht wie gesund und all diese stilmittel verwendet ist geh auf die suche und ich wünschte viel spaß dabei wir sehen uns sicherlich wieder dann im nächsten video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone